Weihnachtsmann, da ist doch richtig was zu tun. Wir müssen uns dran halten. Na ja, Martin, das schaffen wir alle. Oh, Hallöchen. Ja, ihr habt ja selber sehen. Ich bin mit dem Weihnachtsmann unterwegs. Krasse, oder? 24.12. haben wir heute. Wir haben richtig zu tun. Nehmen wir jetzt einfach mal eine Sekunde und wollt ihr euch einfach mal richtig geile Weihnachten wünschen. Ein richtig geiles und frohes Fest. Genießt die Zeit mit der Familie. Habt Spaß, genießt, esst was Leckeres. Lasst euch reif beschenken. Ich möchte mich bedanken für ein richtig geiles Jahr mit euch. Es hat richtig Spaß gemacht. Viele geile Kommentare. Wirklich absolut der Hammer. Die Abonnentenzahl steigt und ich freue mich über jede Einzelne. Kommt gut rüber ins neue Jahr. Lasst euch richtig krachen, sauft euch einen ordentlichen Abüll und dann sehen wir uns Früche backen im neuen Jahr, würde ich sagen. So, jetzt machen wir einen Lack, Martin. Sonst schaffen wir das nicht mehr. Ihr habt es ja gehört. Der Weihnachtsmann macht Druck. Ich muss weiter. Geschenke verteilen. So, hier ist die Fünf. Genau. Das ist die Fünf. So, dann gucken wir mal. Der Torben war ja. Der Torben? War ganz in Ordnung, der Junge. Ein bisschen viel Grünzeug, aber nein. Ich versuch's mal darin zu stecken. Das kommt immer unten an. Früher oder später. Hier, für die Jacqueline kannst du hinterher schmeißen, dann passt das auch. Du sag mal, wo wir hier gerade stehen. Du hast ja noch ein Geheimnis. Ich hab doch kein Geheimnis. Ja doch. Die Farbe vom Weihnachtsmann, den sein Bart ist gar nicht weiß. Quatsch da, ne, so einen Scheiß. Muss das immer jeder wissen, oder was? Na komm, so als... Die Leute wollen weißen Bart, deswegen mag ich einen weißen Bart so. Und? Aber eigentlich ist der Bart... Braun. Noch weiter hin? Warte, muss noch zwei Jackini. So, jetzt sind wir fertig. Ja. Mit immer schönes Patz inheben. Das ist auch ne Idee. Ho, ho, ho. Und fröhliche Weihnachten euch allen. So, jetzt sind wir clubbeding und Du hast ja, halt noch denれ Antwort 완벽ig gebracht. Das sehen wir wieder. Aber im instructiv auch heute vielleicht noch eine Sache n lucky.